Musik Wir sagen Hep, da kommt von euch ein lautes Hep zurück, ja? Ja, sie sind ein Echo von uns. Ja, es ist wie im Wald, man ruft rein. Und es kommt zurück. Und Hep, Hep. Boah, das ist wirklich gut. Das ist witzig. Und jetzt, Mesdames, hier, gefährliche Stühle Nummer 3, mein Solo. Hep, Hep. Und jetzt hör auf zu tanzen. Ich kann ruhig. Hey, die Dinger sind schwer. Ja, ich weiß das. Gefährliche Stühle Nummer 4. Das ist schwer. Und wenn du mich nicht ständig unterbringst, dann mach ich auch schneller. Ja, ja, okay. Nummer 4. Hep. 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 Ja, wie aus einem Mund. Ja, komm, bis sieben ziehen, folge ganz unten. Ziehe hier die Stühle. Ach so. So, Schlepp, ja, beeil dich. Ich mach jetzt zwei Stühle, dann geht's schneller. Ja, bitte. Ja, bitte. Und jetzt, gefährliche Stühle von Port. Ho, ho, ho. Was, danke? Und Sie wollen das Wunder erleben. Ja, grüße. Ja. Beeilig jetzt. Hep, hep. Hep, hep. Das war super, Pierre. Aber einige haben es nicht verstorben, mancher. Es war zweimal. Sie wussten gar nicht, was sie machen sollen, ne? Zweimal. Also einfach zwei Mal. Ja, das war wirklich gut. Nein, das war immer voll. Alle zusammen. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep. Sehr gut. Alle weggeräuschen. Komm, bitte, bitte. Tiefa. Tiefa. Geht nicht, Tiefa. Tiefa. Was hast du denn gesagt? Hö, hö, hö. Ja, wie du gehst. Ja, wie du gehst. Tiefa. So, jetzt haben Sie schon mit. Keine Angst, der will hier spielen. Tö. Jetzt bitte hoch. Warte. Bitte auch. Hier, geht's mit Sesskis, das muss ich kurz zu treiben. Hab ich jetzt? Ja, boah. Tiefa. 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 Oh. Oh. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Ja, es muss doch weh tun. Bitte auch. Außer, wir haben geübt, dass wir das nicht zeigen vor dem Publikum. Ja, aber ohne die Stühle. Ich hab auch keine Stühle. Nein, nein, nein. Und mir kann man es nicht ansehen, dass es weh tut. Also bitte, Mesdames, wenn wir das schaffen, ja, wenn wir diese fünf, sechs Stühle auf unserem Kinn balancieren. Unserem? Ich trage die Stühle mental. Dann es tut sehr weh. Das heißt, mein Kinn ist in deinem Kopf. Ja, das ist schlimm. Wenn wir das schaffen, bitte, Sie müssen ganz laut klatschen, trampeln und schreien, dass Sie unsere Schmerzen schreien. Unsere? Ja, das ist nicht so. Ich kann es nicht mehr lange halten. Also, nicht vorher schon. Ich kann es nicht mehr so, dass Sie Covid-19 schreien doch nicht mehr haben. Jetzt ist es nicht mehr zu einer Aussagen, dass Sie Wohnung fast meinen auch nicht einfach nicht jem bendetРИn, deswegen ist es einfach nicht möglich. GANt� 집Splados. Hi, wilde BreIA. Ja, Luis, es ist hier really klingt. Daniel. hacia uns lista Sicht, alter junger in der Aussagen. Was heißt, der resto sind ja die料 community. Ich bin vraiment wichtig und nicht überall aussagen, Applaus